Jochen Breyer steht aktuell für Olympia 2024 vor der Kamera. Was ist über den Moderator bekannt? Bei der EM 2024 steht natürlich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Fokus, doch auch die Menschen, die neben dem Spielfeld stehen und das Ganze kommentieren, nehmen einen großen Part bei der Euro im eigenen Land ein. Für das ZDF ist Jochen Breyer als Moderator im Einsatz. Und das nicht nur bei der Euro, sondern auch aktuell bei den Olympischen Spielen. Jochen Breyer, so tickt der EM-Moderator privat. Wenn die deutsche Mannschaft spielt und auch bei allen anderen Partien, die das ZDF überträgt, im Wechsel mit der ARD, RTL, Magenta TV, steht er für den Sender vor der Kamera und ordnet die Spiele mit seinen Kollegen, den beiden ehemaligen Nationalspielerin Christoph Kramer und per Mertesacker, ein. Doch über sein Privatleben ist relativ wenig bekannt. Jochen Breyer ist 41 Jahre alt und wurde 11. November 1982 in Heidelberg geboren. Er misst eine Größe von 1,80 Metern. Dass der Moderator einmal vor allem im Sportbereich tätig sein wird, war nicht von Anfang an abzusehen. Denn der TV-Star hat politische Wissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Amerikanistik. Dennoch, die Leidenschaft für den Sport war schon immer da. Um diese auch im Beruf zu verwirklichen, arbeitete Breyer zu Beginn seiner Karriere in mehreren Sportredaktionen. Als freier Redakteur war er bei der Süddeutschen Zeitung und beim BR tätig. 2007 landete er schließlich beim ZDF und durfte mit gerade einmal 30 Jahren das aktuelle Sportstudio am Samstagabend moderieren. Wie hoch sein Gehalt ist, ist nicht bekannt. Als Vergleich, ZDF-Intendant Norbert Himmler soll, Stand 2022 bis 372.000 Euro im Jahr verdienen. Jochen Breyer Dieses Interview sorgt für eine Kontroverse. Zudem berichtet er seit vielen Jahren von sportlichen Großereignissen, vor allem Fußballwettbewerben. So war er bei der Fußball-Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien als Moderator dabei. Auch die UEFA Champions League gehört zu seinem Tätigkeitsbereich. Bei vielen Spielen an seiner Seite, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Das Trio erhielt 2023 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Sportsendung. Darüber hinaus wurde Jochen Breyer auch mehrfach einzeln ausgezeichnet. So erhielt er beispielsweise mehrfach eine Auszeichnung beim Deutschen Sportjournalistenpreis. Aber auch abseits des Sports ist der Moderator aktiv. So arbeitet der Fanliebling auch im politischen Journalismus und war bis 2021 das Gesicht der Sendung am Puls Deutschlands. Seine Doku Geheimsache Katar über das Gastgeberland der WM 2022 gehörte zu den meist diskutiertesten Dokus der vergangenen Jahre. Es gab allerdings auch Kontroversen um den Sportjournalisten. Breyer wurde 2020 für sein Interview mit Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp mit viel Gegenwind konfrontiert. Hopp war während des Spiels TSG Hoffenheim gegen FC Bayern beleidigt worden. In dem Interview im Sportstudio hatte Hopp die Schmähungen durch die Fans kritisiert. Das Interview war vorher aufgezeichnet und die Aussagen des Unternehmers nur eingespielt worden. Fans hatten kritisiert, dass Jochen Breyer keine Nachfragen zu den Äußerungen gestellt hatte. Wenig später erklärte der Moderator gegenüber der Taz selbst kritisch. Das war nicht gut von uns und vor allem auch von mir. Die Kritik habe an ihm genagt und danach habe er sich mit Vertretern der Ultraszene getroffen. Daraus ist schließlich eine Dokumentation entstanden. Jochen Breyer ist der Moderator verheiratet. So offen wie sich Jochen Breyer im Fernsehen gibt, so privat hält er sein Familienleben. Auf seinem Instagram-Profil bleibt es vor allen Dingen beruflich. Ob der Moderator, der in München lebt, verheiratet ist und eine Partnerin hat, ist nicht bekannt. Auch zu möglichen Kindern gibt es keine Informationen. Bekannt ist aber, dass sein Vater der Universitätsprofessor Friedrich Breyer ist und er zwei Schwestern hat. Bekannt ist aber, dass sein Vater der Moderator, der in München lebt, verheiratet ist und erstaatet ist und erstaatet ist und erstaatet ist und erstaatet ist. Bekannt ist aber, dass sein Vater der Moderator, der in München lebt, verheiratet ist und erstaatet ist und erstaatet ist und erstaatet ist.